Ich habe gerade kein Bild. Ja, ich habe ihn bekommen. Manche haben schon über 3000 Games, das ist krass. Ich meine, ich habe auch schon 2000, aber das sind schon sehr, sehr viele Games, das manche haben. Das ist ein Jungler-Olof. Ich bin jetzt so gang-anfällig gerade. Das ist keine gute Pose, die ich habe. Der war jetzt mit oben, das passt. Ist er keinen im Turm? Ne. Ah, der pusht trotzdem raus. Der ist weg. Okay, gute Lane hier reingepusht für mich. Good option now. Gegner leider der FB bekommen. Das ist keine Minimum, die muss ich da liegen lassen. Sadly. Genau, Darkpacker ist deutsch und macht englischen Content. Exakt. Das ist ein bisschen bammelig. Ich habe echt null Wards, etc. Ich habe echt null Wards, etc. Middle-Learn-Hero for Solo-Queue, Katharina. 2-4-1, nimmt man mit. Ja, so ist okay. Ja. Er ist play-able, of course. Wir sind alle ein bisschen late, muss man sagen. Ist das unsere Katharina? Ja. Ja. So was haben wir gebraucht, sehr, sehr gut. So was hat die Katharina drin gebraucht. Da ist der Set im Busch, Achtung. Olaf ist Masterplayer, ja. Ich bin halt so gängig, ich bin auf top. Ich bin auf top, echt böse. speedy gonzalez schule hallo hancock das ding ich kann ja wieder nicht rausrennen schlecht erwischen habe ich mal wieder kann auch sein dass urlaub lenken macht das urlaub weil wir können direkt holen nein ich habe die eh nicht mehr rausbekommen rdc meine ich ich hätte wohl die rauskriegen müssen dann wäre dann wer gelaufen ich glaube die problematik war auch dass ich nicht direkt geholtet habe wurde er liste da war mit dem l ist da ich halt die wohl die treffen können da wurde ein kaiser gerippt ich muss items holen eigentlich direkt den drake machen wir haben keine ap auf unserem jungler können weil ich nicht machen ja Drake haben wir geholt Ich hab kein ulti ab Ich hab so viel geholt Leute Ich muss ganz schnell basen Gib mir das Gib mir Crit Gib mir ein Sonja Wir gehen auf Böller Build Wir gehen auf Proto Build Wenn schon, denn schon Mal Toplane auspushen gehen Ich kann nicht durch den River laufen Weil ich keine Vision hab Irgendwo Z oder so da bestimmt Da ist Kragas oder Z Sieht eher aus wie ein Kragas Nächste Wave kann ich nicht pushen Weil keine Ahnung wo die sind Muss hier raus Keine Ahnung wo die Gegner grad sind Und mehr 30 Oh Katharina Holy Shit Wir müssen zum Barren Leute Ganz schnell Wann dreht sich ja so und wann nicht Machen wir aus und zeigen YouTube Ich hab ja so Guide Mehrere sogar Da ist erklärt wann er sich dreht Aber kurz gesagt EQ Na wenn du erst die E drückst Und im Flug in der E bist Und dann die Q machst Dann drehst du dich Kann ich dir gleich mal demonstrieren Wenn du magst Danke mit Mini Für die 10 Bits Vielen herzlichen Dank Für deine Unterstützung Und den Support Danke Danke Vielen lieben Dank Und danke auch für dein Follow Also wenn ich E drücke Also wenn ich nur haue Dann macht er den Und wenn ich E drücke Und dann Dann dreht er sich Ist der Unterschied Musst du halt situationsbedingt Dann abpassen Okay Das war Rank 1 Auf dem Server Leute Das war Rank 1 Den haben wir gut weggeballert Und Dark Break Haben wir auch weggeballert Auf top GG